so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es eine schöne abglührunde sage ich mal am 1.1 2020 das jahr ist gerade mal wie alt glaubt mitarbeiter sind eineinhalb stunden und wir werden das noch mal hier schon eskalieren haben wir büro web dabei viele explode batterien single shots und alles mögliche und dann würde ich mal sagen fangen wir mal entspannt an mit ich würde schon sagen der kleinen metal so haben sie ist auf jeden fall schönes batterie kann man denke ich mal ruhig anfangen weil das ist ein schöner fischbatterie im fächer format meine lieben freunde für sehr wenig geld so dann wünschen wir mal glück für mich herankommen oder ich bin die schick ich bin die richtig schick ein schöner lütze von gold gibt es jetzt wir machen wir mal hier was ja natürlich schon klassiker das ding ein mosquito der gefällt hat so dann gehen wir auch mein schatz und dann machen wir dich auch schon an doch gut da Ja, der war aber ein bisschen, naja, so richtig wollte er, ne? Aber goldig, goldig, goldig. Jetzt gibt es den bösen Lehrer mal zwei. Ich hoffe, das klappt. Findest du einen mit? Ich hoffe mal, dass es klappt, ja? Ich bin. Schön, Nord, für den Preis, ganz in Ordnung. Haben wir hier die Supreme Shots, aus dem Norma. Machen wir jetzt gleich alle drei auf Schlag. Oh ja, volle Kanone. So, ich mach jetzt erstmal die Brenner an. Seid ihr ready? Ja. Alter, das sah schick aus. Das war richtig geil. So, jetzt haben wir hier die Cadillac Exclusive aus der Royal Class von Lazzlen. Ich glaube, das ist eine Neuheit für dieses Jahr. Haben wir hier schöne Goldflimmerweiden, waren das, glaube ich. Geht mal vom ersten so ab. Wie hat ihr das, Leute? Also, das war schick. Let's fetz. Verdammt edel. Los, komm, nimm die mal mit zum Platz. Schöne Export-Batterie. Wird hier nebenbei geanboxt. Mit Goldwirbel, Freunde. Also, das verspricht schon mal der... Mit Klebeband. Ach, nee. Oh. Das ist weg. Jawohl. Jawohl. Da ist ja die Lunte. Let's go. Und da ist ja die Lunte. Du bist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich würd sagen... Ja, 3, 2, 1. Ach du Scheiße. Alter, Junge. Jetzt hab ich hier was Schönes gekauft. Ein mega kleiner Werksverkauf von Original Singleshots. Die haben gar keine Namen. Also... Chinesisch. Ja. Das sind einfach chinesische Singleshots. Das ist so ein Riesenpack. Die sind fünffach sortiert oder so, sechfach sortiert. Und wir haben jetzt hier Singleshots B, weiß man das sieht, da sieht man... C. Und D. Die machen wir jetzt auch auf Schlag. Alter, jetzt geht's ab, Jo. Jawohl. Jetzt geht's ab, Jo. So. Fahr mal noch ein Stück. Ah, perfekt. Das wollte ich doch, dass die aufhören. Die sind ja geschick, ne? Die sind schon geil. So, jetzt die Feuerball-Junge von PuroTrack. Mach mal auf, Lennart. Und zümpft mal ein. Ihr denkt jetzt... Oh, Crackling-Bälle. Schön. Sind auch schön. Allerdings ist das ein Crackling-Ball, der meines Erachtens nach sehr besonders ist. Ihr werdet's auch gleich sehen, warum. Weil, Doppel-Crackling, wenn ihr das grad gesehen habt. Machen wir gleich zwei untereinander. Hab ich noch nie gesehen. Äh, aus Zufall hab ich die Pyrotrade-Dinger einfach gekauft beim Postenhandel. Und dann ist uns aufgefallen, LOL, die haben ja, äh, Doppel-Crackling. Geil, oder? Ich find die geil. Die Huracans. Oh Gott. Ne, ne, ne. Zeig mal. Das Design. Alter, geil. Von Kiel 4. Machen wir mal ein. Das sind jetzt, ähm, quasi wie die Schreckschrauben. Nur wirklich mit Zerleger. Und das wundert mich, dass das in Deutschland egal ist. Ich bin mal gespannt. Weil ich bin eigentlich ein großer Fan von solchen. Schon damals in Polen gewesen. Na, der verfängt sich aber safe. Oh. Stark, Alter. Na? Stark. Krass. Das sind jetzt die großen. Es gibt auch noch kleine. Wer dann macht gleich mal zwei. Und noch zwei schlafen. Machen wir's her. Schick, schick. Geiler Artikel. Und vor allem in Deutschland. So was zu haben. Uff. Dies ist die letzte Aktion. Wir haben jetzt noch, äh, achso, eine Lungs. Leute, wollen wir's sehen für euer Geld? Ja. Das ist jetzt ein Detonation. Und danach haben wir noch Thunder King von Katan. Geil. Ui. Haben wir noch einen? Ja, oder? Paul, was sag ich zu den Dingern? Die sind geil. Kauft mehr? Davon. Ja. Cool. Du kannst. Macht er gleich auf Schlag, ey. Ehrenmann. Like für Lennart. Ja, schade. Wie krank sind denn die eigentlich? 40er Bulkpack war das, Leute, ne? Naja. Äh, ich glaub, das ist das Ende von der süßen Tour. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat auf jeden Fall noch mal richtig gebockt, am ersten zu zünden. Und ich würd sagen, bis dann, haut rein, Brille weg! Und tschau. Ich hab noch ein bisschen geguckt, eich Hab noch mal einen. Wenn Sie jetzt mal wieder auf die Pabde wieder auf den Schалог, dann ist der da,eINE Ich bin dran. Und dann, was ich da. Und dann kannst du und wenn du währenddrucke, ja wir die Rastbeteilung wurde. Ich bin dran. Ich bin dran. Und dann, wenn du mich vorst, wenn du gerne immer noch